Du bist auf 4chan, hast du halt jetzt wasch'n Doge. Achso, mit dem... mit Gabe the Dog? Ja, genau. Ja, 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 im Caddy. Wir haben nur zweimal Funnel loss, wir können nicht gewinnen. Ich hab Funnel loss. Der war der scheiß Warwick hat Dings. Oh, wie Gott. So, wen hab ich jetzt Toplane? Wir haben keinen Teleport. Ich tippe auf Draven. Wir haben Poppy Teleport. Na, ich glaub Draven ist ADC, weil... Aber ich hab was anderes rausgefunden. Ja, die sind gerade alle unten, gell? Richtig. Meine Invade war Warth. Ok, Lucian geht weg. Lucian ist Toplane. Pack mal hier ein Ward hin. Bitte. Da ist ein Ward, Achtung. Ich seh'n euch. Ich seh'n euch. Ihr wisst, dass Draven euch mehr Schaden macht als wir ihm, ne? Äh, ja. Natürlich. Ich hab gedacht, dass er 75 Grundschaden hat. Nein, es liegt einfach daran, dass Draven mit seinem Q seinen Autotex versteht. Aber die werden nicht erwähnen. Was ist denn das für ein Trinder-Skin? Der ist cool, gell? Der ist normal geil. Den hab ich ja nie gesehen, seit wann geht's. Das ist Warren Kingdom. Den gibt's seit vorletztes Jahr. Der kommt halt nur bei dem Lunar Reveal Event raus. Den hab ich mir letztens erst gewollt. Gib mir mal den Schild. Käffi. Top is missing. Top is online. Oh, ich bin's wirklich kalt. Ist doch Flushen. Ich bin einfach... Flushen. Flushen. Flushen soll, ähm, ähm, ähm... Nein, den Jhin-Countern. Angeblich. Angeblich. Ja, ich bin's wirklich so nie. Oh, Alter. Hat der schon super los. Hm. Wirklich. Aber bei mir auf jeden Fall. Guck mal, ich hab den Jungler einen Blubuff sogar gekriegt. Boah, hab ich nen Renten-Jungler. Der gibt mir direkt Blubuff. Boah. Seh ich auch so. Atemgeräusche sind mir die liebsten Geräusche. Äh... Weile? Na, was finde die? Man, Thomas, kannst du mal bitte aufhören? Thomas. Tienetag, Omas. Thomas, mal kurz. Was ist eklig? Aufhören damit. Das war ein denn? Thomas. Ist das immer der Thomas? Ja, fällig ist immer der Thomas. Thomas? Na ja, gar nicht, Thomas. Ich hab kein Keil und kein Kenny. Oh, jetzt ist das. Das war jetzt ein Kombi. Oh, ich... Mitte. Jo. Guts. Dann hatten unser Jungle mal Zeit. Die Botlane? Ja, die, die, die... Botlane. Botlane nix mehr sehen. Botlane nix mehr. Mua, der Wichser sieht. Botlane nix mehr. Hallolüchen. Boots. Und Sanderlord. Zack. Oh. Sag doch was. Boah, wer ist jemand drauf? Ich schnaufe dem noch seine. Oh, nice. Jo. Gönn ich mir den Double-Saw. Nice. Äh. Das war doch easy. Rapper 4P. Und beide haben keinen Flash mehr, ne? Ich meine, ich jetzt auch nicht mehr, aber... Toplane wär freaky. Ich hab auch nix mehr, aber... Äh, ich geh jetzt erstmal weg. Oh, ne Information. Ich will mir keine Mana mehr und die morgen noch weggehen. Oh, geil. Ich hab First Blood sogar gepischt. Ich hab gar lauf. Ja. Alles klar. Oh, nehm, 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 nehm. Keinen Farm, keinen Farm, keinen Farm. Keinen Farm, keinen Farm, keinen Farm. Der Luschen ist Bullshit. Mein Hammer... dründer mehr main bin das dründer, much amaze, wow wow, such main, such main such main die Frauen wollen mit mir sein, andere Männer wollen sein wie ich das dründer mehr main bin der draven farmt sich unten voll wir brauchen Hilfe versuchen wir es mal wo bleibt der dründer mehr aber wenn der weiter weg ist, dann komme ich nicht da ist auch ein dründer besser dründer mehr, als dründer weniger ja genau oder besser ist oder voll der leer ich hab ein bisschen Autoticket drauf gekriegt ne jetzt bin ich aber sauer kurz zu was ist laun kann er weggehen hat er gelitten der hat er gelitten das ist mein farm jetzt wird er noch einmal leiden wenn du 10 Sekunden besser weg und er wird er abbauschen hi 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 bam ich hätte jetzt irgendwie erwartet, dass er dich jetzt grillt wenn ich ehrlich bin was ja jetzt kommt die Taktik wieder chris jo ich komme jetzt Toplane also ne ich gehe jetzt erstmal hier zu den Dingern dann komme ich Toplane dann gehen wir hier hin und dann machen wir den hier das ist eine gute Taktik das ist eine gute Taktik dann hier dann da dann hier dann hier dann machen wir den Radbuff dann holen wir den Radbuff dann holen wir den Radbuff dann hast du den Radbuff dann hast du den Radbuff auch noch dazu ja aber was ist wenn ich dann getötet werde dann krieg ich den Lus schon den Radbuff und dann wollen wir doch nicht dann Käffi du hast echt keine Ahnung vom Jungle also ich bleib doch weißt was du machst was ich geht der Typ ist gar nicht da du machen wir es jetzt er ist da du kommst jetzt afk afk oder du kommst jetzt kannst dich aussuchen ja aber die werden uns sehen und die werden herkommen ich juck mich doch nicht okay fuck the police ich hör kein zweit ja super nice oh wir haben Hilfe von der Mitte sehr schön ja macht es doch genug offen wirklich machen wir doch eh schnell genug dankeschön wie sollst du das Ding jetzt machen oder geh wir hier oder geh ich jetzt hier hin dann geh ich jetzt hier hin ok der Herold und I get's back der Bot könnte noch einen Gank vertragen der Bot kann immer Ganks vertragen ja ich komm gleich so über Botland ich glaub das mach ich aber erstmal nicht mehr mit BUFF ja aber das ist rewarded ja dann kommt die Lucien ist missing Lucien ist missing Lucien war er vorhin aber auf der Top eben ja deswegen soll ich essen Lucien ist mies und tschüss entweder er campt jetzt da oder da oder da ja nein nein er kommt wieder er kommt Mitte er kommt Mitte da soll er Mitte kommen ich bin nochmal auf der Krabbe clown ja eigentlich bräuchte ich den Stack obwohl lass mich nur einmal an hinten dann geht das weißt du ja komm her wir machen jetzt die Krabbe ja mach mal die Krabbe und wird niemand auffallen ich denke jetzt bestimmt wir machen Drake oh Luz oh da war jemand an oh ein Pinkford der hat ernst mit meinem Blubuff genommen der Wixler der hat ernst mit meinem Blubuff genommen ich meine der hat Lux Blubuff hätte ich sehr sehr gerne ach nicht ich brauche ich oh 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 die wollen ein Drake machen holt her alle herkommen ich hab keinen Teleport das ist 60 Sekunden er wär schnell auf war ich komm bitte war ich komm bitte war ich komm bitte ja von daher ich kann halt sein Ulti nicht unterbrechen ich komm trotzdem mit nein bist du verkehlt ja ich komm auch ja schau da ja schau da Lul da Luz hat Kambuk mehr Lul da Luz hat Kambuk mehr oh mein Gott Null Null Oooooooooooooooohh beide haben keine Rookie kein Bock zu treufen wenn ich ehrlich bin Boat Lane Der Support ist miss-same Komm mal mit. Ja, ich seh's auch dort. Das holen wir uns. Ich saue dem weg. Hallo, nimm das Ding. Kacke. Ist egal, was das Ding reicht. Weißt du was? Wir machen jetzt einfach Drake. Scheiß auf Smite. Soll ich runterkommen? Ich hab Gelebot. Der hat das gerade gewordert. Fällt mir mal drauf. Falls sie kommen, kommt's auch. Ja passt. Komm mal, das ist easy. Easy game, easy life. Easy break. Ich glaube, diesmal kann ich sogar mein Hybrid-Spiel spielen. Dead-Ass-Kill-AFK. Ja, er war AFK, ist vor mir gestanden und ich hab ihn die letzten 10 Leben abgezogen, wo er AFK gegangen ist. Aha. Ja. Das ist aber interessant. Ja. Faszinierend. Ich glaube, ich kann noch nicht mehr Joplane. Hoffentlich ist er wieder AFK. Ja. Ah, er ist da. Er ist da. Ich klatsche gegen die Wand. Und dann ist er dort. Okay. Ich klatsche ihn einfach mit meinem langen, großen Schwert. Mein Rechterarm ist stärker als mein Link. Ich geh jetzt von dort her und dann dort rauf. Das sagt der Gemfchen sogar. Ja, dann warte ich hier. Komm, komm. Ja, warte, wir müssen noch da lang. Warwick abhunden. Ich komme jetzt einfach von innen. Ja, okay. Geh mal von hinten. Auf jeden Fall ein nicer Flash. Ja. Jawoll. Äh, in einer Minute ist der Herold sogar wieder da. Echt? Spawnt der wieder? Ja klar. Robic war da. Genau. Robic war da. Robic war da. Ja, genau. Robic war da. No, 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 no. Nara, ich wollte grad holten. Fucking hell. Oh, kein Red Buff mehr. Karte, ey. Oh, der hat Schuhe. Wow, er ist so schnell. Oh, fuck. Oh, fuck. Ähm. Leute? Jo. Oh, hi. Na gut. Na, ich wollte nur fragen, ob ihr es merkt. Nee, ich hab das jetzt... Ich war mit dem Turrent beschäftigt. Tower. Macht bitte einen Doktor. Ja. Hi. Wenn ihr schon in der Bot nicht helfen kommt. Ja. Team 3. Kack nur. Mal am Dienstag bist du dabei, oder? Ja, da soll ich erst mal. Es kann sein, dass wir dazwischen an der Mien dabei sind. Der Mien? Kriegen wir einen Mien weg? Hm. Wir haben's ne Schuhe abgeschleppt. Geh mal aus den Luschen. Geh mal. Geh mal. Gewinne Wolf. Ich hab nicht viel Mana, aber... Herald ist da. Das Pelz reicht jetzt. Mein Handy hat wieder das. Was war der Penis? Geist. Mir fällt gerade auf, dass hier ein Warwick ist. Noch immer? Ich ja. Er wollte mir meinen Wolf einfach wegnehmen. Der Warmer herrollt, oder? Herald. Herald. Scheiß auf Smite, scheiß auf alles. Fick die Hater. Ich mach den einfach. Kommst du? Du bist schnell genug da, dass du den ersten Hit auf das Auro kriegst. Jo. Tänkst du? Bisschen? Natürlich. Wär super. Wär super. Wirst du nicht. Ihm, Alter. Richtiger Ehrenmann, Alter. Dankeschön. Ich hab mal die Wau gefällig. Sie und drei anderen gefällt das. Hat jemand einen Held gesehen? Botlane ist ne Himmermiss. Das ist ne erste Botlane. Tünnar, meinst du, Tünnar kann so unglaublich einfach stacken. Guck mal, da ist die 14 Minute vollgestacken. Ich musste keinen einzigen Fall weggehen. Wir bräuchten unten Hilfe. Ja, ja. Wir haben heute auch fünf oder zwei. Soll ich auch willkommen, bitte? Immer. Der Herald, ein... Wie viele Stacks gibt der Herald? Oh, da ist ne... Ja, Pins. Ja, Herold und Drache geben 5, Krabbe gibt 2 und die großen Monster geben 1 und ein Kill und Nusses gibt 1. Das wäre ja auch mal eine ganze Zeit lang so, dass Krabbe, äh ne, ein Kill 2 gegeben hat. Als du den noch ein Antis deckst, kommst du dann. Und? Ah, 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 ah. Komm zum Buber, äh, Nils. Komm, 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 komm. Haha, nice case. Na! Scheiss, nice case. Scheiss, nice case. Wie, die sind wieder lebendig? Warte, 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 warte. Komm, 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 komm. Oh, ich schick den. Sie sind doch noch immer da, die sind fast tot. Hä? Wo die leben wieder her? Oh, Red. Oh, Red da. Meinst du geben auf? Cool, IFK. Dauer. Da haben wir jetzt durchgerunden. Ja, und? Oh, da ist auch Draven. Draven. Sie wissen's. Wir haben kurz Stop Deffen, weil da hat man dauerlich gekriegt. Ich geh jetzt ganz unauffällig wieder hier hin. Das ist sicher, Warte. Ja, natürlich, sie hat mich gerade da drin angegriffen. Oh, in diesen Busch. Der Hammer erledigt den größten Teil der Arbeit. Ich schwing dich nur. Wo ist Top Lane? Oh, in der Mitte. Ich weiß nicht, was ich da angestellt habe. Ich probiere dich das an. Ich hinterfrag mich nicht. Das war alles Absicht. Ja. Wenn man schon am Main ist, muss man sowas machen. Dann darf man sowas machen. Steht ihr nicht? Dieser Kraft wird uns. Da war das. Achtung, Lux, pass auf. What the fuck. Nice. Wer? Warwick, Warwick, pass auf. Warwick, ah, der hört uns. Oh, ein Scheiß aber auch. Der Schorden. Damn, wir hatten die gefeeded. Hashtag me. Hey, Greg ist wieder da. Wegen mir hattest du ja deine Kills am Anfang gekriegt. Ja. So machen das Truna Mermaids. Ich liebe Truna Mermaids. Er ist so stumpf, der Champ. Du machst einfach nix außer ein Auto-Attack. Auto-Attack, Auto-Attack, Auto-Attack. Hallo, ein Lücher. Ah, er dive doch jetzt sicher nicht. Ich mach jetzt Drag. Juck mich nicht, was die anderen machen. Oh, die sind zu dritt. Heule überhaupt. Ich gebe halt keine Fick auf eure Meinung. Okay, ich komm nicht auf den Moden. Uh, ein Draven. Oh, komm mal, ist Syndra. Oh, guck mal, Gegner. Uh, da sind die Gegner. Komm her, Jungs. Ja, mal Drake machen, oder? Hallo, Drake. Was ein schwerer Champion. Hallo, Drake. Ich hab gerade Draven im 1v1 gekillt. Ich bin so gut. Daran erkennt man, dass ich Trümmel am Ende. Ja. Ich hab mir jedenfalls das zu sagen. Zum dritten Mal Thymbrow. Oh, ich hab einen Clown gefällt. Denwood, bring das Feuerholz hierher. Wir campen jetzt hier. Ja, was? Willst du nicht das Ding machen hier noch? Ist ja nix mehr. Er wurde mir gerade noch so angezeigt. Ja, das hat ja einen Delay. Bring da Feuerholz her, ich brauche ein Camp hier. Ich warte, bis den Gegner kommt. Ich bin Marshmallow. Okay. Ich bin weg. Oh. Tründer schwer. Tründer schwer. Tründer schwer. Trüppel. 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 Draven holt. Mal eben über die Toplane. Ich glaub' ich geh' auch nicht mehr so stumpfsinnig tiven. Das ist glaub' ich nicht so schloch. Nö. Ne. Auch du黨員. Verste ich nicht. ich gehe jetzt erst mal auf nachschauen da guck mal erst mal zwar leben ich bin ja obwohl ich jetzt werde werde ich trotzdem kritten ist ja tolle oder ist geworden ich spiele ich spiel ried ap einfach mal weil ich lange weile habe also ich brauche jetzt nachschloss und dann rabattons nachdem ich halt genus gebaut habe gehen das ist nicht als ich dachte sehr gut macht ihr nur ich habe heute das ab jetzt würde ich gerade da hinkommen immer berlin machen auf nur so viel statistik das verlangweilt power farm 12 doch ja ich will die leute töten es ist richtig mal ein waffig oder und wissen den hol ich mir jetzt verkaufe ich mir dünn 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 d Das war ein üble Kombo, die war richtig. Mir fällt ganz auf, dass der Bot-Tower noch da ist. Ja. Das hat jedes für ein schlechter Bot-Ain. Hat noch nicht mal so eine Tower. Ja, das kann passieren mit der Jungler nie geengt. Alter, ich bin dreimal gekommen. Wack, dann spaz die. Okay. Dann lockt es nie. Boots. Zum Glück pusht dieser Champion auch nicht schnell. Ich hab den bezahlt. Wofür? Jetzt die Push-Action. Und 2,7 Attack-Speed. 2,7? 2,07. Das ist ja kein Lust. Wie ist das? Alles mein Fan? Ja. Ich hab den bezahlt. Wo? Erstmal weggehen. 2700 Gold. Grad mal eben 2. Oh, ganz knapp geholt. Alter. Ah, das ist nicht stark genug. Trinder schwer, Trinder schwer. Er macht was Trinder mehr macht. Ich hab jeweils 170 von meins beiden Löwen und Angriff. Wisst ihr was witzig ist? Der E von Trinder mehr. Der E von Trinder mehr, also der Spin to Win, hat einfach ein 1 zu 1 AP Scaling. Musstet ihr das? Hä? Ja, da bin ich sie. Oh, das ist ein Havavik. Und diesen Spin to Win habe ich alle sieben Sekunden. Trinder AP Drinder ist das dein fucking Ernst. Und mit Crit geht das runter. Ja, warum nicht? Siehst nicht, wie viel Schade ich mache. Der Schaden ist schön. Alter, der spielt ja wirklich Hybrid Drinder. Graven. Ja. Jo, Dragon, Warwick nicht während der X. Wir dürfen den nicht stacken lassen. Kein Fall. Nee. Warwick hat 19 Stacks noch. So soll es auch bleiben. Pull ihn. Und, bop, bop. Boah, der Ongel spielt. Zack, zack, zack. Siehst du, scheiß auf Smite. Überrasch da mehr. Ich gehe jetzt am Ende. Uh, Toplane sind sie zu zweit. 3 kill. 3 duo. Ja, 3. Der Warwick, der macht W-W. Der macht auch Worldwide. Ah, nur W-W. W-W-W. Und die kriegen keinen Assist. Hey, fuck you. Oh, der Botlane braucht Hilfe. Ja. Ihr könnt mich nicht hören. Ich bin... AP tun da mehr. Dun, dun, dun. Wie viel heilst du die denn überhaupt? Ich dachte, wir werden auch umgeladen. Doch, da wären nur die vier. Oh, die machen Schaden. Die machen Schaden. Okay. Die machen Schaden. Machen Schaden. Machen Schaden. W-W. 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 Durchgefahren da. Oh, hallo Draven. Hallo Draven. Hallo Draven. Ah, der ist so schnell. W-W-W. W-W. Ah den fahren wir jetzt ab. Oh da lütt sich auf. Out of me, komm mit. W-W. Ach du Bewe. W-W. was machst du da um du gierige Sau hol ich um du gieriges Stück ja bist du gieriges Rektstück, verreck jetzt, verreck, bitte verreck verreck, verreck einfach verreck du gierige Sau oh ich weiß was ich gleich noch baue, gleich noch Hextech Gumblade du gierige Arme holt sich ein Kill bevor er seinem Team hilft und überlebt das dann ihr habt das nicht gesehen soll ich mir Hextech Gumblade oder Blade of the Roon King holen boah die Syndra hat den ganzen Blue geworfen wusstest du das nicht, dass sie das kann wohl schon, aber dass es mit den großen Jungle-Dingens auch geht da kommen sogar Zusatz-Effekte wenn er mit einem roten Buff aus dem Gegnerbill ist, dann kriegt er 2 Damage echt? 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 mhm ich will jetzt alle fighten Meinst du, ich kann alle fighten? Oder nicht? Wenn deine Ulti 20 Sekunden aushält? Wahrscheinlich. Nein, nur 5. Egal, rein. Das würde ich gut nutzen. Boah, die heilt sich. Ich hab einfach gar nicht aufgeachtet, mal zu ulti. Jawoll. Amo noch Lux, Kuh und fertig. Bam. Machen wir einen Baron. Jo. Ja, wartet. Wartet, wartet. Bei Lux nur vor Hauptfarmen. Ich muss erstmal auf... Achtung, wow. Jojo. Der konnte nix. Abschnallen, abschnallen. Ja, irgendeiner muss trotzdem da lang gehen. Ja, Manni. Gegen die Wand gekriegt. Okay, ist das nicht so funktioniert? Ihr solltet bitte auf mich warten, damit ich auch Baron mitmachen kann. Vor allem, weil ich wissen will, wie viel Schaden ich der macht. Ein... Ab 6 Decks. Ab 6 Decks. Jo, fang an, fang an, fang an, fang an. Ab 6 Decks. Loil hat das wechselt. Ne, leider nicht. Ich wollte gerade den Weg noch abschneiden. Äh... Der... Warwick hat mich geultet. Und ihn genau... Loil! Loil, nice! Haha! Oh! Zum Glück bin ich ein Typ durch ongeruft. Puh! Mein Heal! Ich halte mich einfach Half-Life. Hallo Luz! Half-Life B confirmed. Jo, ohne mich schült, hättest du wahrscheinlich auch ein wenig würde. Na. Ich hatte Ult on. Oh, was ist denn? Oh, was ist denn? Am besten. Ah, der Penner ist abgehauen. Oh, er kann doch zur Seite abhauen. Ah, er ist... Oh nein, er ist schon weg. Schon weg. Ja. Oh, Leech Bane ist so'n Geil auch. Alter, er soll ja ein 200er biegen. Wir können einfach Full-Life mit einem Heal. Puh! Wehtrün. 400 Fähigkeit, Steherkäfer. Mal kommen. Und es wird einen einem H Benefitorn zerstört. Da, da. Jetzt kommt Trick 17. Wir bauen noch Exchange-Ray Chat denn? Wenn schon, wenn schon, oder? Jo. Hallöööööööö. Ich mach Dragon. Braut ist raus. Or.. Es steht, da sieht das mal. Aype brü она settlements wenn er eine Gefilde für Lux im Team hat. Obwohl ich den auch so ohne mal viel Schaden mache, aber trotzdem. Ich glaube AD-Tuner ist trotzdem wesentlich mehr worth. AD-Tuner wurde damals mega oft gespielt, ja. Weil das einfach nur broken war. Der Heal war damals noch stärker. Ja, der Heal ist ja jetzt auch relativ stark. Ey, finischt man nicht. Komm schon. Und der war noch mal noch einen Tacken stärker. Ich eile. Oh. Oh, man hat drei Healtrenkel. Hallo. Jetzt ist es wahr. Boah. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Zip. Uuuh. Hoots. Muau. I'll tell you, sir. Ich hab noch Ulf. Ich vergesse immer zu Ulfen mit den Championen. Ich denke immer so, ja, ist ne Passiv. Fast schon. Alter, wow. Das war aber mal passiv, ne? Ah, niemals. War aber mal ne Zeit lang Passiv. Alter, ne. Sag mir nicht die Bonus-Chance auf kritischen Treffers Geld mit AP. Was? Echt? Was? Echt? Was? Ne, die Zahl ist grün. Also wird das eigentlich heißen AP, aber jetzt ist es auf 0%. Ja. Ich denke mal, soweit ich weiß, geht das nämlich auf der Wut. Alter, machst du Schaden. Hilfe. Hahahaha, komm on. Kurz im Gestorben. Hup. Hup. Eigentlich bin ich ziemlich weak, wenn wir ehrlich sind. Ich mach zwar viel Schaden, aber erst wenn Maginsus gestackt ist. Und mein E macht Schaden. Mein E macht extremst viel Schaden. Er hat ein 1-1 AP Scaling. Heller surrender guys, we still can win. Yes. Oh nein! Unterwegs! 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 Jetzt gewinne ich noch. Alter! Ne! Ich hab mir jetzt Ficksilverschärfe. Ich hab da keinen Bock mehr drauf. Aber Tommy bohrt den Busch. Ja, das finde ich mal schnell. Ich fahre einfach weiter. Einfach durchgehend Farben. Kein anderes Item mit Ficksilverschärfe außer das AD-Item. Das finde ich so schlecht. Warum nicht für Arten? Ja, aber dafür gibt's Sonias. Ja, aber Sonias bringt ja nichts, wenn du Zetäten wohnst. Ja, fuck. Aber dafür gibt's halt keine Sonias zum Beispiel für AD-Carries, ne? Aber der Wawik ist ja dieser Ausgleich, sozusagen. Jetzt lieber anderswo. Boah, Meirich. Das ist ja eklig. Ich brauche noch Gold. Ich brauche noch Gold. War Wawik, der... Wiii! Dommil, Schnallopper. Dommil, Schnallopper. Dommil, Schnallopper. Ja. Oh, Blubuff. Der Witz ist, dass ich ja trotzdem kritel. Ich bin so unglaublich useful, ne? Oh, fuck. Er hat mich. Er hat mich. Nein. Thomas, ich ritte dich. Thomas, ich ritte dich. Thomas, ich töte für dich den Duschen. Thomas, ich ritte dich. Ich ritte dich. Ich habe auch nichts mehr gebraucht. Auto attacken. Ah. That ap2 nice. Wollte man Heal sehen? Jo. So, Gott, boah... Das ist so witzig, ne? Ohoh... Woah, nein. Was steht da hinten? Ja, nice! Von, die Sindra noch. Und weg. Don't finish. Ey, komm, schon, ich muss noch wenigstens einkaufen. Bitte, 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 bitte. Ah, ihr wisst ein Teleport. Ah, so viel Schaden auf den Power. Ja, das war 1000 damage. Okay, 572 AP. 1000 damage auf den Inhibitor mit einem Autofade. Trotzdem 232 AD. Schade. Was ist denn der Base gekillt? Ich eile euch, um euch zu helfen. Ich mache jetzt einfach so viel Schaden mit einem E, ne? Das ist unglaublich. Ja, gebt euch wieviel AP ich hab. Du bist scheuernd. Das ist wie Trinder, ey. Ich hab geultet. Schon wieder. Maler. Alter, die machen uns jetzt fertig. Hm. Ja, aber die kann ich nicht verdämpfen. Ich mache jetzt Baron. Ja, Baron und dann anschließend Drake und dann Finish. Jetzt haben wir sehr mit zu tun. Also ich heile mich, wenn ich meinen Zorn verbrauche, ne? Ich bin der Einzige, der irgendwie gebuscht hat jetzt am Ende. Und ich würde sonst jetzt überrennen. Er gibt euch wie hart. Du gieriger Sack. Wie hart ich mich heile. Alter. Seit bald's ewigen noch hängen. 70 plus 157 heile ich mich erstmal Standard. Und zusätzlich 2,3 plus 6,3 Leben pro Punkt Zorn, den ich habe. Fuck. Das ist scheuernd. Der Drake ist auch ab. Ja, soll ich Drake machen und ihr Baron? Jo. Warum auch Kindred sollte Drake machen? Ja, ist besser, glaube ich. Dann krieg ich den am schnellsten. Ja. Mast. Tanky Baron. Zweite zum Baron. Tanky Baron. Ja, die sind ja näher in der Base. Noch mal Zeit. Auf geht's. Ich heile. Ja, ich glaube die Surrendern, bevor wir den Baron. Ey, ich bin mithelfen. Nee. Prozentualer Schaden beim Kingbird. Yippie, aye, aye, bitch. Ja, der regelt übelst, ne? Ich habe mal ein Vodware-Game gespielt, einfach aus Interesse. Fuck, das war close. Einfach aus Interesse, wie viel Prozentualen Schaden man erreichen kann. Ich habe es bis 100 geschafft. Alter. Ja, man kann... Ich glaube, ich lange nicht. Ich habe es in einem Bot-Spiel einmal probiert. Ja, aber du konntest. Ja, nee, ich hatte gar nicht hundert Prozent, was laber ich. Ich hatte 50 oder so. Ich habe Gegner gewonnen. Ja, jetzt können wir sind ja immer deffen. Ich gehe laufen. Ich gehe nicht laufen. Ich gehe laufen. Ich gehe laufen. Oh, nice, Alter. Gehla. 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 Jetzt bin ich auf dem Schaden gesporen. Ich gehe verteilt. Wer hat den meisten magischen Schaden gemacht? Ich oder Luchs? Gehla. Gehla. Gehla.